Ja, dieser Turm hier, das sind die Überreste des Haus zum Humrecht. Der Überlieferung nach war hier Gutenbergs Bibelwerkstatt, in der die erste Bibel gedruckt wurde. Und sozusagen druckfrisch kommen hier auch die News. An der Uni Mainz wurde die Software Virtual Reality Experimente für den Einsatz im Physikunterricht entwickelt. Sie simuliert physikalische Versuche in einer realitätsgetreuen und inhaltlich korrekten Darstellung. Das Programm wurde von der AG Larissa am Institut für Physik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz konzipiert und umgesetzt. Wir wollen eigentlich auf keinen Fall echte Experimente aus dem Physikunterricht verbannen, sondern es geht uns darum, gezielt da zu unterstützen, wo Experimente nicht durchgeführt werden können, entweder weil sie zu gefährlich sind oder aus Kostengründen zum Beispiel. Das Konzept der Virtual Reality Experimente wurde für den Deutschen E-Learning Innovations- und Nachwuchs Award 2015 nominiert. Die Mainzerinnen und Mainzer fühlen sich wohl in ihrer Stadt. Das fanden Studierende des Faches Soziologie an der JGU heraus. Telefonisch befragten sie 532 Bürgerinnen und Bürger. Das Ergebnis ist eindeutig. 97 Prozent von ihnen wohnen gerne in Mainz. Auch mit dem Bus- und Straßenbahnnetz sind die Mainzer zufrieden. 72 Prozent bewerteten es insgesamt als gut. Als größte Störfaktoren wurden das geringe Parkplatzangebot, die vielen Staus und der Fluglärm angegeben. Doch die durchschnittliche Gesamtnote von 2,1 zeugt von einer allgemeinen Zufriedenheit der Mainzer mit ihrer Stadt. Was gehört zum perfekten Kinobesuch? Eine Tüte Popcorn? Ein bequemer Sessel? Ein Handy-Display? Ja, richtig gehört. Denn eine Studie des Psychologischen Instituts der Uni Mainz fand kürzlich heraus, dass auch auf einem gewöhnlichen Smartphone ein Kinoerlebnis möglich ist. Um zu prüfen, wie wichtig die Leinwandgröße ist, fertigten Andreas Baranowski und sein Team kleine Kinoseele für Computer- und Handybildschirme an. Das überraschende Ergebnis, das Filmerlebnis im Kino und vor den selbst gebastelten Modellen wurde von den Probanden gar nicht so unterschiedlich bewertet. Wir haben herausgefunden, dass, wenn man den Blickkegel konstant hält, nicht die Bildschirmgröße ausschlaggebend ist für dieses monumentale Kinoerlebnis, sondern dass dann die Umgebung eine ganz wesentliche Rolle spielt, um diesen großen Eindruck und dieses Erlebnis zu bekommen. Eine gute Nachricht also für alle, die schon lange vom eigenen Heimkino träumen. Ihr Wunsch kann doch noch in Erfüllung gehen.